Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video hier auf unserem neuen Tunze-Kanal. Wir haben ziemlich lange nichts von uns hören lassen, aber damit ist jetzt Schluss. Wir werden hier auf unserem Kanal viele, viele Themen bearbeiten. Wir werden hier unsere Produktion zeigen, unsere neuen Produkte vorstellen, Spezialanwendungen, unsere eigenen Aquarien und wir haben hier sogar noch unser Ladengeschäft hier auf dem Hof. Auch da werden wir euch mitnehmen. Ein gutes Beispiel für unsere Produktion ist hier unsere Spritzgießerei. Hier machen wir zum Beispiel aus diesen Kügelchen diese Pumpe. Alles in Haus. Alles in Haus. Ihr lernt in unseren Videos kennen, wie unsere ganzen Produkte eigentlich zusammengesetzt werden. Zum Beispiel hier beim Löten. Ihr wollt Produkte, die in euren Aquarien richtig, richtig gut und richtig, richtig lange funktionieren. Wir nehmen euch mit und zeigen euch, wie sie entstehen. Und natürlich geht es nicht immer nur um Technik, sondern um das, was uns eigentlich verbindet, nämlich Aquarien. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, dann abonniert jetzt gleich diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.